Ciao zusammen! Oh mein Gott! Ihr habt so viele Sachen in die Kommentare geschrieben, welchen Weg wir nehmen. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass genau der, der jetzt in der Mitte eingeblendet ist, der Millimeter meint, dass wir meinen Weg stellen sollen. Also, Cedric, der Millimeter hat entschieden, wir nehmen den linken Weg. Pferde Freilass. Bist du auch einstanden? Was? Du weisst schon, dass Millimeter unser drittes Kanal ist. Ja, aber wir haben uns schreit. Nein, 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 nein. Ja, aber jetzt haben so viele Leute in den Kommentaren geschrieben, ich weiss nicht, was es gab. Nein, 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 nein. Das war ein grosses Ausfall. Ja, ja. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, was ist mit euch los? Keiner schreibt da die Kommentare... Also, danke an die, die die Kommentare schreiben über irgendein Thema. Hört bitte. Ja, jetzt sind ruhig, Mann. Aber auch sonst, wenn ich noch einmal sage, wünscht euch ein Spiel. Oder auch sonst etwas. Wenn ihr euch etwas wünscht dürfte, dann wünscht euch auch etwas. Ja, aber ist doch so. Nein, ja. Die Kuh will von mir kein Essen nehmen. So dumme Kuh. So, jetzt gehen wir nach oben, ey. Wir brechen ein Eis, oder? Wir brechen ein Eis. Also. Ui. Okay, soll ich es verstanden haben? In Sky Set müssen wir die Pferde freilassen. Wer hätte es gedacht? Wow. Also select, lassen wir die Pferde freilassen, oder? Oh, ich sehe schon eine Option. Aber ich muss... Dann muss man doch safe runterkriegen. Ja, 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 ja. Check, dann müssen wir es mal runterkriegen. Ich mache hier unten mal die Pferdestelle auf. Yep. Let's free them all. We need to open the doors first. Hm. Siehst. Ui. So. Open the doors, Cedric. Er will nicht. Er will nicht. Jaime. Ja. Der muss durch. Die Tür öffnen. Nein, weisst du, ich... Ich kann das so da eh drücken. Und dann klatschst du ein bisschen. Ja. Ich will ihn doch nur motivieren. Motivation. Jetzt musst du gerade noch die Türen öffnen. Ey, ey, ey. Ui. Also öffne noch die Türen. Die Tür öffnen. Ah, doch. Ah, jetzt lockt. Jamie. It's locked. Locked down. Hallo, ich warte da oben, dass du kommst. Und du wirst dann lieber... Lampenwechsel machen. Scheiss mit Panik. Ey, ja sicher. Aber was bin ich da? Weisst du, ich will doch auch mal ein bisschen raus. Oh, ja, ja, ja. Aha, ja, ja. So, und jetzt doch vorne. Ey, ist es hier nicht locked? Nein. Ah, schau, hier ist es nicht locked. Ich habe doch recht gehabt. So, jetzt kommt er hoch. Jetzt machen wir Spass. Jetzt gibt es grosser Spass, Jamie. Oh, yeah. Oh, schau mal. Anlauf nicht. Anlauf nicht, Serik. So, Leute, Countdown. Fünf, drei, vier, drei, fünf. Ja, das ist er. Los, los, los. Aaaaaaaah. Ouuuuiuiuiui. Jödi, arme Pferde. Ah. Oh. Oppi, komm. Oh dear, didn't we locked the barn? Honey. Oh, ich habe nicht die .... Ruedi. Uedi und Ueli. Sie sehen aus, als wären sie animiert. See, I told you. Let's just hope these horses keep running. They will. Okay. Also, hey, meine Maus hängt drüber. So. Ja, du musst einfach rechts kriegen. Ja, als würde ich machen Einbruch. Einbrich im Simulator. Kann ich da rasen machen? Nein, schade. Warum? Sei ein bisschen nett mit Maid in der Rasen. Es geht nicht. Jamie. Da kann ich jemandem anrufen, komm. Hallo. Das Telefon. Ja. Hallo. Hi. Is this team? No? Rob? Minecraft. Minecraft support. Minecraft. Minecraft. Ich habe eine Pizza bestellt. Willst du auch noch eine? Ich zieh mich um. Ich habe eine Pizza und Peperoni bestellt. Willst du auch eine? Ja, ich nehme zwei. Schon, also. Leute nochmal an. Wie oft kannst du das jetzt noch machen? Oh shit. Hey. Ja, ich glaube das ist eine Polizei angeklönt. Uh, I'm sorry. Wrong number. Haha, nein, wir waren alle, sorry. I'm sorry. Wrong number. Oh ja, ich habe eine Klinge zu spielen. Ohohohohoh. Leicht, bitte. Was ist das? Ich bin nicht zu schüren oder... Ah, das ist ja auch nicht zu schüren oder? Ah, das ist ja auch nicht zu schüren oder? Ah, das ist ja auch nicht zu schüren oder? Mopiculo! Mopiculo! Damn, this is a big ass gun! Ouuu! Hey! Ah shit, it's not working! Nicht auf mich schiessen! Warte, kannst du auf mich schiessen? Nein! Komm, schiess auf mich! Tame, ich kann das Band schon spielen! Schiess auf dich, Serik! Serik, schiess auf dich! Serik, schiess auf dich! Leicht bitte! Ah! I knew it! It's only decorative! Ich kann nur auf den Boden schiessen, voll lame! Dammit! Oh, safe, jetzt machst du gut! Wow! Wow! Ehhhhhh! Oh fuck! Almost there! Komm, es wird nicht gehen, ich gehe umziehen! Das kann ich mir nicht anhören! Oh, ich ziehe mir eine Hüt an! Oh, ich ziehe mir eine Hütte an! Für das ist eine Hütte, die werden die Hütte an! Oh! Schiess auf mich! Ich kann mich nicht nur den Boden schiessen! Nein! Ich mache mich an die Hütte an den Hütten an! Oh fuck! Ups! Aber ich habe wenigstens schon mehr Punkte als du. Jetzt will ich nur noch etwas ausprobieren. Wie ist es, wenn man auf hart, auf schwer, auf extrem... Ich nehme mal einen Witz. Ah, die Hilfe! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Oha! Sehr hobbylos. Ja, ja, ja. Oh, da. Schau, die Zentimeter kann. Let's start from scratch, I guess. Dammit! Fuck! Oh, ja! Bencherspielen macht einem falschen Spass. Benjos. Ja, aber jetzt ist es nicht Zeit zum Benjos spielen, sondern zum Wayout spielen. Hey, ich reisse dir das Benjo aus der Hand raus. Ich reisse dir das Benjo aus. Ich reisse dir das Benjo aus. Scheiss Benjo aus. Geh dich jetzt um. Nein, du gehst dich jetzt umziehen, Mensch. Hallo, wir wollen doch mal weiterspielen. Hallo. Hallo. Sonst mache ich schlechte Musik. Geh dich umziehen oder ich mache schlechte Musik. Hast du verstanden das? Da. Geh dich umziehen oder ich mache schlechte Musik. Geh dich umziehen. Ja. 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 Hey, sorry liebe Zuschauer. Hey, du hörst jetzt mal auf. Jetzt geh ich dich umziehen, sonst schlitt ich dir die Mutter an. Ja, sorry. Sag ihr, du sollst dich umziehen. Geh dich umziehen, da oben fährt die Hut. Ja gut. Oh, schau, der Hut passt mir. Wieso nehme ich den Hut nicht mit? Du hast eine Unterhose-Werzlende-Hut. Hallo. Weil du es nicht kannst. Oh, ich bin jetzt auch witzig. Sag ich, ich bin auch witzig. Ich bin auch witzig. Sag ich. Ja, Mann. Hallo. Hallo. Ja, ich bin ja voll langweilig. Ich bin ja eine Frau an. Ist das deine Frau gewesen? Von wo wirst du das wissen? Hoi, schau, ich habe sogar eine Flinte dabei. Haha. Wieso hast du die Flinte nicht mitgenommen? Und wieso tropfst du das unter dem Waschbecken raus? Oh, das ist ein bisschen hyperrealistisch. So, jetzt hast du ein bisschen Aum gebraucht. Jetzt müssen wir weitermachen. Dann komm ich so raus. Ja, sonst ist die Aufnahme zu lang. Ja, und dann beschwerst du dich wieder. Wieso die Aufnahme so lang geworden ist? Ja, ich weiss es doch. Weniger ich, sondern eher meine Zuschauer. Rippen an, ich aufweisen wf. Hey, 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 hey. Können wir da aufmachen? So schön. So schön. Hey, Junge. Das ist ja Horrorspiel. Geiss, Katze. Some help, please. Some help, please. Some help, please. Get over here and help me with the store. Help me with the door. Komm, lass lieber den Traktor ane. Ja, man. Some help, please. Some help, please. Some help, please. Ja weiss, aber du kannst das auch einfach so auseinander schieben. Also bitte. Nein, ich schaff da einfach mal. Ja. Und du kannst ja einfach das nacheinander machen. Nein, kann ich nicht. Doch. Boah, Alter. Nein, bewährt nie nach dem Museum. Bewährt nie nach dem Museum. Ja, aber es geht um die inneren Benzinkosten. Meiss. Ja. Jetzt hätte ich das alte Stufen der Benzinkosten. Du, ich habe nur einen Töffchen, den ich nicht brauche. Ja. Ja, komm. Ja. 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 So, du schnurren nicht so lange. Lass das Ding zusammenbaut. Will ich denn fahren? Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen es! Ja, du kannst fahren, ja. Ja, du kannst fahren, ja. Der Dreck. Hm. Oh. Oh. Ich kann es hier anheben. Ja, muss aber noch nicht. Es ist ein bisschen zu viel. Es ist noch ein bisschen zu früh, um anheben. Aber du kannst es gerne anheben, weißt du. Aber Gott verbreit. Aber Gott verbreit. Es ist schon mal dran gesteckt. Nach oben musst du gehen. Nein. Oben is the place where you go. Ja, das musst du nicht mehr zu tun. Ja, komm. Das Radkreuz. Hallo. Hast du dich am Boden gelegt? Ja, Mann. Komm. Du machst alles. Aber nicht. Du bist hier. Du weißt du da. Hallo. Hast du dich am Boden gelegt? Ja, Mann. Oh, jetzt. So. Hoi. So. Kann ich da nicht Kuh drücken? Strasse muss sein. Du kannst sowieso nichts mehr machen. Ja, du kannst dich einfach noch fallen. Nein, eben nicht. So, jetzt muss ich da mal schauen. Ah, ich gehe automatisch zurück. Jetzt kann ich mich noch fallen. Aber jetzt schauen wir doch mal. Das ist komplett dry. Du kannst doch nicht mal. Du hast ein schlechtes Gewissen. Ich sehe es jetzt schon. Du beleidest dich. Jamie. Ich habe unten noch so eine Mini-Schocchi-Kuche. Die ich nachgegangen gehe holen, wenn die Aufnahme fertig ist. Leute, dann wünsche ich mir jetzt schon mal einen guten. Ich habe einen ganz feinen Mini-Schocchi-Kuchen. Ich wünsche dir einen guten. Aber nur einen halben. Ich wünsche dir einen halben guten. Kann ich da runter springen? Ja. Brauchen wir noch ein Reiserad? Ja, es fehlt noch eins. So, und jetzt heisst es anschrauben. Jo, Papi. Oh, ich habe hier ein ganzes Auto. Ja. 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 Ok. So, gehen wir da mal schauen. Kann ich ein paar, ja? Ich fahre ja nicht, ich schiebe das an. Ja, aber vielleicht hattest du ihn automatisch rein. No, I don't think so. Aber du musst auch noch einsteigen. Ja, aber vielleicht wird das nicht in einer Cutscene, weisst du? Sehst du, das meine ich. Nein! Sie wollen den Traktor! Whatever, let's go get it. Also, ich will fahren, bitte. Oh, ich will. Oh, es hat ja kein Benzin, stimmt. Also, du gehst dich um das Benzin, ich schaue, dass das Teil Strom hat. Ja, als ob der... Als ob der Scheiss-Trakter noch Strom hat, Alter. Der ist doch leerer als leer, Alter. Wir werden nie nach einem Museum. Glauben wir es. Du musst nachher das Auto versuchen starten, Leo. Leo! Hallo, ich bin da am tanken, was willst du? Und ich heisse Leo mal. Leonardo, ich habe Leo eine Sonne. Komm. Versuche jetzt zu starten. Ja, perfekt. Boah! First try, Alter. Wir sind es doch einfach. Dream Team. Ja, ich habe dir gesagt. Manchmal musst du einfach nur die Hoffnung haben. Hoffnung, oder? Hoffnung, oder? Hoffnung, oder? Wir gehen jetzt. Wo wollen wir jetzt hinfahren? Oh, scheiße! Wir sind wieder da! Nein! Scheiße! Der wird auf uns schiessen. Sehr recht! Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay. I'll go take care of them. No! Just stay here! It's alright. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh, scheiße! You're gonna pay for this! Come on, let's go! You're glad! Come on! Nein! James! Du bist ja verrötet! Du hast gesagt, ich soll fahren! Ich habe nicht gesagt! Ich habe gesagt, ich soll fahren! Aha, Junge! Du meinst, ah, Mann! Und jetzt muss ich fahren, oder was? Ich muss schnell schauen, ob die Aufnahmen noch laufen. Wie lange sie läuft. Die läuft 20 Minuten, Jamie. Oh, scheiße! Jamie! Oh, fuck! Oh, fuck! Ist das jetzt ein neues Kapitel, das wir hier gerade anfangen? Nein! Eben nicht! Oh! Ähm, sagst du, wann denn das verrummet ist? Ja! Wir werden das nächste Mal den Drucker nicht wieder machen. Oh, shit! Ich muss wirklich fahren! Oh, ey, da bin ich ja nicht auf eingestellt gewesen. Boah, die Lenkung ist so bescheissen! Piep, piep! He, kann nicht mehr! Hilfe! 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 Oh, Scheisse, rechts! Es machtere Spass! Du kannst einfach fahren nicht. Oh, Scheiße... Einbahnstrasse! Oh, żeby! Dreck, Einbahnstrasse! Oh nein! Au! Ich bin nicht draufgehebt! Oh ja, das ist schön! Oh fucking Scheiss! Bitch! Hilfe! Oh was, du Hilfe! Nein! Nein! Oh mein Gott! Schau, du bist auch nicht angenommen da hinten! Was wirst du von mir? Ah, Alter! Scheiss, ich muss E-Typen! Komm, ich schaff das! Ja, ich schaff das! Ich finde schon, das Wetter heute! Wunderschön! Also, ich muss sagen, wir haben sehr schöne Himmel! Was machen die Autos hier? Junge, ich komme nicht dazu! Ich werde dir so festgenommen in sechs Türen! Aber so... Wieso gibt es da komische Strasse? Ich weiss nicht, wo es ist! Was? Es sind ja keine Strasse! Oh! 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 Junge! Weisst du, wo wir hinfahren müssen? Ja, chill mal! Oh Scheiss! Nein, 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 nein! Das ist Game Over! Nein, 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 nein! Ja, 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 nein! Ach, verdammt! Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Nein, 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 nein! Okay, jetzt haben wir aber keine Polizei! Ja, super! Ah, wir müssen erstens hier! Ja, dann fahren! Scheisse! Oh, unsere Reifen sehen nicht so gesund aus! Ja, die Rauchern wird es da drin! Ja, die Motoren hier vorne brennen! Und sie fahren trotzdem ein bisschen! So richtig GTA-Hau, Polizisten! Ja, alle GTA-Hau, die machen alles durch! Ja, alle ungefähr so... Wow! Ja! Genau, wegen so Sachen verlieren wir! Scheisse! Scheissige Heile! Scheisse! Bitches! Hat er nicht an Bitches genommen? Vincent! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ey, ich sag dir, es ist GTA! I'm telling you! Das ist einfach nicht so einfach, wie es aussieht! Okay, ich glaube, es sieht nicht einfach aus! Oh mein Gott! Es sieht wirklich nicht einfach aus! Ja! Ja! Wie kann ich die Autos zum Stoppen bringen, Mann? Die hören nicht auf! Auf! Oh! Oh, oh, oh! 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 Oh, ja! Messer! Ja! Ciao, das ist auch eine Polizei! Ich sage auch. Was drive better, Alter. Ich fahre doch so better wie ein Paddy für einen Paddy Band, Alter. Paddy Bossi. Paddy Bossi, Alter. Ich fahre so gut wie Paddy. Fuck you! Fahre! Ey, wenn wir jetzt keinen Checkpoint haben. Ja, dann. Direkt einen Schluck neben meinem Gedanke. Ich auch. Fahre. Oh, Entschuldigung. So, jetzt. Ich bin mir verraschend. Jetzt musst du ja noch schiessen. Ja, ja, ja. Ja, die Gumpel von uns rüber. Schau dir mal an, wie gotsmässig ich das kann. Wir wären fast am Ziehen gewesen. Oh, Scheisse, nein. Oh, Scheisse. Jetzt habe ich mir gedacht, dass wir das überleben haben. Wenn wir zwei da hinten sind, einfach am Schreien, Mann. Kannst du das überleben, Alter? Scheisse. Es ist der schlechteste Moment, um etwas trinken. Halt, 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 halt. Du hast das überlebt und wieso hast du das Gewehr nicht mitgenommen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt nur noch die Möglichkeit über das Wasser. Oh nein. Los, 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 los. Oh mein Gott. Ah. Ach du Scheisse. Oh mein Gott. Das habe ich auf YouTube gesehen. Und das ist richtig beschissen. Oh, jetzt schießen sie nicht mehr. Immerhin. Oh, je. Ja, weisst du, sehen wir auch anders, wo wir uns draufkanzlerin. Und dann kommt die stille Musik, Minecraft. Nein, sie können uns ja nicht noch weiter schießen. Nein, nein, sie müssen hoch, wenn es ein Schießen hat. Ja. Nach Deutschland. Ja. Seinmal. Wir sind auf dem Reich. Ja, Mann, Alter. Oh, damn. Ist das jetzt ein neuer Checkpoint? Nein, das ist nach dem Wasser. Okay. Okay. Ich zum Paddeln. Paddel, paddel, paddel. Du musst paddeln. Du musst paddeln. Wir bleiben auf unseren Seiten. Ja, was ist das? Paddel? Oh mein Gott. Du musst nicht paddeln. So. Nein, nein. Ich muss nicht paddeln. Wenn ich jetzt gerade ausschauen. Seriously? Nein, nein. Paddel nach rechts. Ja, nein. Das Problem ist, bei mir lagts nicht. Ich fand es richtig aggressiv. Ich paddel da so ein ganzes Schild, weisst. Hey, Vincent. Ja. Ja. Oh, wir gehen links. Links, 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 links. Nein, warte. Nein. Du darfst nicht paddeln. Uuuh. Ja. Ja. Ah, ja. Paddel du nicht, ich mach. Du musst. Du musst aber auch ein bisschen. Ejo, das geht ja richtig ab. Der Rieh ist schon richtig wild heute. Wobei es gibt ja so Stellen, wo der Rieh halt wirklich so wild ist. Ah, dann lass dich fahren. Und flog oben. Okay. Fertig aufhälen. Ah. Lass dir einen Like tun, wenn es einen Flog im Rieh soll geben. Ejo. Ja, wir haben bis jetzt einfach nur null Schaden. Links oder rechts? Links. Also du musst... Nein, pall 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 pall. Null Schaden. Ich muss dir helfen, oder? Du musst sagen, wenn ich dir helfen kann. Ja, ja. Du jetzt. Du, 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 du. Du. Au. Ejo, da geht es ja richtig abballen. Das geht bis jetzt. Ich finde, das geht noch mehr ab. Paddel. Ich hoffe es nicht. Hey, watch out. Some rough streams up ahead. Oh ja, nein. Paddel, paddel, paddel. Oh. Du, paddel. Du, paddel. Du, paddel. Du, paddel. Du, paddel. No, das geht einfach nicht. Ah, das geht auch nicht. Und wenn es einfach ein bisschen geht. Ich rufe das nicht. Du hängst doch dort nicht. Oh mein Gott. Scheisse, jetzt haben wir Paddel. Ich bin unter Wasser und einfach mit der Kamera Hilfe. Ich auch. Wir müssen das ja paddeln. Was ist mit dem Boot passiert? Paddel. Paddel. Du musst paddeln. Ja, ich weiss. Komm, wir helfen. Das geht nicht. Ja. Paddel. Oh, oh, oh. Paddel, Paddel. Waterfall. Was willst du von mir, Mann? Es hat so gut angefangen. Was für ein Wasserfall. Ich habe gesagt, da geht es uns nicht. Oh nein, doch nicht. Paddel an. Hilfe. Ah. Ich kann es nicht. Welche Seite des Steins? Rechts, rechts. Ah. Ah. Oh mein Gott. Nein. Ah. Wir wählen doch so. Ah. Ich muss paddeln. Hilfe. Ah. Ah. Liebe Entwickler. Das Ganze funktioniert auch nicht so, wie sie sich das vorstellen. Ich glaube auch. Eigentlich ist ja... Eigentlich ist ja... Ah. Zum Glück. Ah. Nein. Oh Scheiße. Mann, Jamie. Du kannst nichts, Mann. Nein. Vincent. Ja. I'm coming. Alter. Vincent, komm jetzt. Ich komme ja. Nein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Jesus. Oh mein. Ah, warte. Ich muss ja auch kommen. Sorry. Ja. Wenn ich einen gewissen. Ja. Come on, grab it. Jamie, nimm meine Hand. Tu was. Epic. Oh, ja. Oh, Jamie, das ist ein Stück gut. You ok? I'm ok. Let's get outta here. Alright. Und damit war es mit diesem Kapitel. Danke, dass du abonniert hast. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. 3,1, 3,1, Outro. Tschüss!